Guck mal, Luftschon. Hallo! Da sind wir wieder. Volker und Loreley aus dem wunderschönen Prenzlauer Berg. Hallo! Volker, spiel dich nicht immer so in den Vordergrund. Ich raste gleich aus. Tut mir leid. Mir tut's leid. Männer, halt. Dabei gibt's so viele Neuigkeiten. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, ja? Na, beim Anfang. Entschuldigung, ich wollte nur helfen. Die beiden Jahre der harten Arbeit und die vielen Kannenentschlackungstehe, die haben sich endlich ausgezahlt. Ich darf endlich meine Harnstoff-Aquarelle ausstellen. Meine erste Harnissage. Bin so ganz aufgeregt. Irgendwas war noch, Volker. Bin schwanger. Ob das im Prenzlauer Berg noch als Neuigkeit gilt, weiß ich gar nicht, ja? Du bist ein ganz lustiger, Volker, ne? Träg du mal erst mal ein Kind. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so passiert, dann kommt zu Folge 124 von Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. Mit dem Titel... Äh... Lauf, die Prenzlwixer, komm! Genau. Hier bei uns im Primetime-Theater. Volker, danke, du bist mir eine ganz große Hilfe. Ich mag nicht mehr. Wie bitte? Ich mag dich sehr. Ach, Volker! Komm mal her, Küsschen! So, ich bin kitzlig! Oh, daie, ha!